Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Wozensure in der New Order. Wir sind hier immer auf der Raum-Base, in diesem beeindruckten großen Raum, wo hier überall Gegner sind, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar gesehen, so wie den hier zum Beispiel. Also viel Munition hierfür findet man echt nicht. Ja und wir sind hier auf der Suche nach, weiß ich gar nicht. Warte, egal, dann nehmen wir es nur ein, die einfache. Oh oh, du lebst ja noch, oder bist ein anderer? Ich glaube, du bist ein anderer. Na, witzender Doggy. Nicht mich angreifen, wir auf die anderen an. Okay. Was ist mein Ziel? Irgendwie sieht es danach aus, aber ich weiß nicht. Ne, von hier bin ich gekommen. Hier lag die Rüstung. Oder? Ne. Ich bin von da her gekommen. Ich glaube, ich muss hier lang. Da könnte jetzt natürlich noch irgendwas liegen, aber... To be honest, ich habe jetzt keinen Bock, was alles durchzusuchen. ...durchzusuchen. Was wissen wir, da sollte ein Punkt der Entry zu der Wurruhe von dieser Umgebung sein. Okay, dann suchen wir mal den Point of Entry to that area. 2, nein, 3, 3 ist das gut. Müssen wir die Kameras nicht zerstören? Okay, anscheinend nicht. Hätte ich vielleicht nicht mit der Waffe machen sollen, aber das ist die einzige Leise, die wir haben. Okay, da geht's lang. Und ich glaube, damit ist es nicht mehr lang. Ich weiß nicht, ob du aufschweißbar bist. Ich möchte es nicht testen. Messer, Messer Scheide Plus, okay. Auch ein schöner Archive-Unname. Okay, den müssen wir machen. Hatte ich das noch gar nicht gemacht? Ich muss mal kurz hier in die Parks gucken. Ähm, okay, das habe ich noch gleich gemacht. Staff kills from Throne, okay, jetzt muss ich noch mal mehr machen. Was ist mit dir? Äh, noch einen Kampfhund muss ich machen. Ähm, Using Handgun. Ja, das mache ich doch sowieso nicht. Shotgun ist wahrscheinlich dasselbe. From Cover. Ja, okay, wenn man das macht. Kills using Handgun, Assault Rifle. Assault Rifle fehlt mir das hier auch noch. Ich denke, das werden wir nicht hinbekommen. Granat nutzen ich sowieso nicht, aber... Naja, mal gucken. Also ich muss noch, ähm, Deckungs-Kills machen. So, zack, zack und zack. Okay, AP ist immer nice. Aber ich finde, ich finde auch allgemein diese ganzen... Zutritt verboten, diese ganzen Perks doof. Dass man immer so spezielle Sachen machen muss, die man eigentlich... halt, in seiner Spielweise gar nicht benutzt. Da kriegst du halt ein paar Boni, die du auch... Also ich sehe die Granaten, die bringen mir jetzt tatsächlich nichts. Aber ich würde trotzdem gern haben. Was ist das, fucking Lochkarten? Und ich werde dich zurück in Berlin bringen, wenn du landest. Oh, schade. Ich habe mich mehr gefreut, wenn ich das hier noch staaten könnte. Notausgang, okay. Die Sword-Rifles können wir nicht mal machen, weil wir gar keinen haben. Aber ich habe doch schon eigentlich richtig viel mit der Sword-Rifles gespielt. Oder ich erzähle das nicht, weil ich die Akimbo benutzt habe. Das ist laut. Dankes Spiel. Ich hoffe, wir können ja mal stealthen. Oh, ich habe keine mehr. Was zur Hölle. Ach stimmt, ich habe die Alfa-Worf und dann, ähm... Ja, hatte ich keine mehr, weil ich dumm war und die hier aufgesammelt habe. Okay, das ist fertig. Ähm, Reaktivs-Vertrufe muss ich hin. Von hier kann. Ja, bitte auf das zu sein, das ist echt nervig und laut. Ah, okay, gut. Ich dachte, das wäre die Muster von dem Ding hier. Oh, das war die falsche. Zack. Das war ein bisschen zu schnell. Mal aufladen. Zum Glück kann ich die Wurf-Muss einfach so benutzen, wenn ich... Klass-Alpha-Security-Breach. Na ja. Oh, 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 oh. Hallo, wo seid ihr denn alle? Schnauze. Oh Gott, ich hasse das wirklich in diesem Spiel. Ähm. Wir können hier erst noch reingehen, aber wir gucken hier unten nochmal. Wir gucken hier unten erstmal nochmal. Ist wahrscheinlich nichts, wie es aussieht. Ja. Danke, dass du mich da nicht hochlässt, Spiel. Ist mal wieder nice. Dann würde ich sagen, sag hier nein. Ach, ich sag ja Stufe A, ich sag wirklich Stufe Alpha. Und wir brauchen noch Handgun-Kiss vom Deckung. Vielleicht kriegst du das hier jetzt hin. Okay, es klappt nicht, schade. Genau, da wäre ich die Granate, aber gut. Lebst du noch? Oh, jetzt nicht mehr. Das sieht unangenehm aus. Oh. Goldflasche, nice. Na dann kann ich ja nicht. Ja gut, äh, wie soll ich sagen? Yolo-Schmolo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Zum Glück hab ich das gesehen, schnell genug. Ich hoffe, ich hab's versteckt mit der Decke. Okay, jetzt muss ich die Nummer töten mit meinen Dreischofs. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Und tot. Dann heißt, wir gehen mal auf die Waffe hier, weil von dir haben wir nix mehr. Soll ich nicht mehr so viel, zwei Schuss vielleicht. Okay, gut, ich hab mich auch erschreckt, da komm ich den Gegner angelaufen. Oh, das müssen wir auch noch mal aufladen, zack. Mein Messer habe ich tatsächlich noch. Das funktioniert ja gut, das muss ich mich auch machen. So. Ähm, sieben war das, ne? Ja, zack. Dann vier, drei, fünf. Fünf ist es gut. Ich glaub, hier ist noch einer, oder? Nee, tatsächlich nicht mehr. Waren wir hier nicht schon, ne? Hier ist doch das Ding, ne? Hier sind wir uns noch mehr. Das haben wir zerstört. Hab ich beides zerstört? Weiß ich gar nicht. Das habe ich definitiv zerstört. Weil ich wusste, dass ich darum machen soll. Jetzt haben wir neu gespawnt. Wahrscheinlich haben wir beide kaputt, weil die denken, weil die denken, dass ich beide gemacht habe. Ach, du bist leer, sag doch das Spiel. Ähm, wo ist ein Lade-Ding? Ich brauche ein Lade-Ding. Oh, da ist noch mal Rissi, die brauche ich auch noch. Thank you, thank you so much. Ach komm, ich suche einfach ein anderes auf dem Weg. Ich find schon irgendwo noch ein Ding. Bisschen Schuss habe ich auch noch. Und das andere lädt sich auch noch auf. Mit Don't to hang up, ey. Okay, da ist doch ein sehr gut. Hier lag noch irgendwas, was ich auch sammeln wollte. Anscheinend nicht. Das andere Bitter auch, danke Spiel. Okay, wahrscheinlich in dieses Raumschiff rein. Hangout Bay. Oh, ich glaube, hier kommt gleich ein Bossgegner, wenn hier schon so viel Scheiß ist. Oh fuck. Oh fuck. Fuckin' Scheiß. Fuck off, meid. Was ist denn der Assi? Ja, Yolo. Ich weiß nicht. Angst. In dieses Leben. Londonnautica, Transporter Nummer 4. My Laden wurde vernichtet. Joder der verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. ich glaube die hätten ihr Schiff abgeschossen ja ich glaube die hätten da irgendwie was genaueres um das direkt zu zerstören weil die haben ja eine genaue eine genaue Position von dem Ding oh cool ah das ist ja cool hab ich sie jetzt falsch gemacht ich hoffe nicht oh oh jetzt nicht mehr also doch jetzt immer noch aber er nicht mehr ich hab keine Mission mehr oh fuck äh können wir bitte das hier geben und auf den anderen Modus schalten ich hätte auch gern ein Visier für diesen Modus wenn ich ehrlich bin äh äh okay cool jetzt haben wir die wieder mit Raketen äh Granatwerfer sogar nice nehmen wir erstmal die Erbswaffe und schießen aus der Deckung 3 ne das war das dann ist es 4 ich hab dir nicht zugehört aber ok ähm ja alles mit dem was ich finden kann nicht schaden äh ist das hier das London Nautica oh es schneit oh ne das muss ich erst schon wieder machen äh 7 nicht 6 4 nope dann hier das war knapp ähm 7 zuck will ich das hier weg machen eigentlich nicht oder ich wusste das sind doof wie diese ich wollte testen was passiert die Stärke des Stahls in unseren Herzen ähm ja gut 7 zuck oh das war die falsche Taste aber gut ne gut damit können wir es einfach schneller machen hier wird nur einfach zuck oh das ist scheiße ne ich wollte schon sagen wenn das nicht geklappt hätte dann wäre es echt Müll so das hier ich habe dich gesehen er kommt hier entlang das hätte nicht als Deckung bestimmt er kommt den kann nicht hinab ich habe das Gefühl von der rechts kommt da hier einer Mensch zählt das denn jetzt für den ganzen Mist okay gut sind ja nur 80 Stück die ich noch nicht gehabt also beziehungsweise 73 die ich noch nicht habe und 80 Stück insgesamt ich glaube ich könnte noch ein bisschen steilfen ich dachte er rennt ein bisschen weiter rüber okay ist irgendwie alles ziemlich voll geräumt hier ist mir schon viel zu finden in der zweiten Phase werden halbautomatische Drohnen zur Planetenoberfläche um dort Bodenschätze zu schürfen nächstes Team nicht hier okay okay hier raus okay verstehe oder verstehe ich das also es wirkt als würde ich das machen müssen aber ah hier blöd natürlich so geht es natürlich einfacher anstatt einfach hochzuklettern was hier hätten theoretisch auch machen können aber gut okay hier außen lang okay das ist also London okay das sieht aus wie Schrott gut was wie 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 ist doch endlich meine fresse fährt zum aus also dahin ist noch ein oder eine ganze menge so einen noch die töten muss so gucken wahrscheinlich muss ich sogar noch das spiel noch mal durchspielen kriegte die anderen partner wo dann den jungen überleben also welche mit privatspielen wenn überhaupt man kann man machen das spiel an sich ist ja nicht schlecht aber ja unbedingt zweimal durch muss man es auch nicht ich meine kraft vorbei ist ich habe sich von heute bis zum nächsten mal haut rein